Musik Wir machen jetzt ein Tutorial und da machen wir den ersten Bieg. Der geht so. Ihr nehmt die linke Seite unten, klopft sie auf, dann die rechte Seite unten, klopft sie auf und dann rechts oben und dann auf den Tisch. Dann macht ihr die Box auf, klopft dreimal drauf, macht sie wieder zu, nehmt die Seite, dann die Längsseite und dann dreht ihr sie und dann wird gedreht, die Hand drauf und dann weitergegeben. Und jetzt alle. Eins, zwei, drei, vier. Ich sage euch jetzt den zweiten Teil, Handy mit viel Schwung einfach so in die Hand nehmen, einmal zusammenklopfen, wieder auf den Tisch und zum nächsten Partner kleben. Dann, ähm, bitte die Boxen nehmen, zweimal nehmen und wieder auf den Tisch und weitergeben, dann wieder und dann eben einmal gegen sich selbst klopfen und dann wieder auf den Tisch und das wieder weitergeben und dann das wieder nur zweimal weitergeben. Und dann haben wir noch so zusammen, so dann mit dem Partner, viermal und dann dreizehnmal und dann, ähm, mit richtig viel Schwung auf den Tisch und dann, ähm, ist vorbei, erstmal der zweite Teil und jetzt zeigen wir euch das mal alle zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das war's jetzt da und viel Spaß bei uns selber machen. Ciao. Hey Leute, hört mal zu und hört, den Snackbox-Song geht ab. Nach langem ausprobieren und einstudieren, haben wir nicht geschaffen. Und dann, ähm, bitte die Boxen nehmen und einstudieren, haben wir nicht geschaffen. Dann, ähm, bitte die Boxen nehmen und einstudieren, haben wir nicht geschaffen. Dann, schauen wir mal extrauellen, haben wir nicht geschaffen. Dann,änn, bitte die Boxen nehmen und ein absolvieren, haben wir nicht geschaffen. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Applaus Applaus